Moin moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Entschwaudet und heute machen wir das Badezimmer. Das Badezimmer und zwar, also hier ist ja unser Stadteingang. Nee. Kann ich hier mittlerweile eigentlich, warte mal, kann ich hier mittlerweile, äh nicht Dach. Treppe so runter bauen? Ja, aber es sieht scheiße aus. Äh, was ist, wenn ich so ein Ding hier vorklatsche? Also, dass ich nicht komplett runter gehe, sondern nur so eine Etage. So einrasten ist an. Ja, das geht ja gar nicht. Äh. Was ist, wenn ich hier einzelne Dinger mache? Wird das gerne so? Aufschütten. Das ist hier. Alter, geht halt nicht besser. So, also, man kommt hier rein, man sieht hier auf der rechten Seite schön. Also, darauf habe ich noch nie so wirklich geachtet jetzt. Also, sieht man da oben eigentlich, dass es qualmt und sowas? Hu, 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 hu. Oh, warte mal, wenn nicht. Vielleicht. Ich fliege, ich fliege, klappt das bestimmt. Naja. Also, man kommt auf jeden Fall rein und jetzt haben wir hier links, natürlich weit weg von unserer Zivilisation, werden wir jetzt ein Scheißhaus bauen. Wir werden jetzt hier ein Scheißhaus bauen, weil Scheißhäuser sind wichtig. Und zwar brauchen wir dafür Erde. Wir brauchen also nicht Erde Erde, sondern Erdwege. Und wir haben davon sogar ein bisschen was am Start. So, bumm. Äh, das? Nein. Sondern. Wie war das denn? Das war das hier, ne? So. Und zwar quatschen wir jetzt hier. Erde hin. Wir müssen aber auch eine Etage tiefer. Damit das nicht so... Damit das nicht so... So. Hm. Wie mache ich das denn am besten? Also aufschütten können wir, glaube ich, hinterher immer noch, ne? Dann lasst uns doch schon mal den Boden machen. Ich würde sagen, natürlich wieder hier so mittig. Boom. Und was für einen Scheißhopf machen wir? Warte, wir machen am besten so ein 2x2, würde ich sagen. Das heißt, boom. 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 Oder ist das zu groß? Ne, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das zu groß ist. So, den Gräs machen wir mit Scheißhaufen, äh, mit Scheißhaufen sag ich schon. Mit Erde flachen wir das so ein bisschen hier ab. So. 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 Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. So. D-d-d-d-d-d-d. Dann von außen mit Stein. Wir haben von außen noch nie so wirklich mit Stein gearbeitet. Ähm. Eigentlich brauchen wir Mädchen und Jungklo, ne? Aber wir machen halt einen Gemeinschaftsraum, würde ich sagen. So. Obwohl, ne, warte. Ich würde den ein davor bauen. Also nicht so. Sondern so. Davor. Nicht da drauf. Davor. 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 Warum davor? Damit das A von innen größer nochmal wirkt und B wollen wir von innen sogar eigentlich noch ein bisschen mit Holz arbeiten. So. Alles dicht. Ja. Jetzt müssen wir draußen mal eben das überschüssige abschneiden. Obwohl das... Äh. 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 Das geht ja gar nicht. So. So. Dann ist da auch nichts überschüssig jetzt. Okay. Das muss natürlich weg. Dann machen wir es uns einfacher. Wir machen auch hier die kleine Wand. Okay. Dann brauche ich aber nochmal Erde, oder? Wie das Ganze nochmal so ein bisschen stützt. Oder Stein. Stein oder Erde? Oh. Also, mit Erde wäre dann so. So. Aber ich glaube, ich mache das lieber mit Stein, ne? Ich mache das lieber mit Stein. Weil Steine haben wir auch mehr. Ich mache einfach da so eine Schiene vor. Das wäre dann ja so, richtig? Ja. Äh. Hier braucht man nicht. Hier braucht man nicht. Aber hier braucht man. Und ich würde sogar noch ein tiefer gehen. Wo das eine, glaube ich, reicht hier schon, ne? Ja. Ja, ich glaube, das eine hier reicht. Okay, gut. So. Von außen hast du dann so. Von innen würde ich nochmal... Nochmal? Ich weiß nicht. Warte mal. Ich weiß ja nicht, wie sieht das aus, wenn ich jetzt... Ja, könnte gut werden, ne? Da haben wir jetzt quasi... Oh. Hä, bin ich... Ah. Hier auch? Ne, hier nicht. Ja, weil er sich wieder unten auf die Dinger da getackert hat. So. Von außen Stein, von innen Holz. Dann kannst du hier ordentlich hinkacken. So, dann würde ich sogar... Wenn du hier reinkommst... Weiß nicht so. Nee, warte mal. Ich mach... Ich mach ne kleine Wand. Hier, so ne. Also, du brauchst ja ein bisschen... Vielleicht so. Hm. Nur so ein Zweier. Hä? Nee. Hä? Das ist ja völlig... Völlig Banane hier. Hä? Was? Was passiert hier? So. Das ist richtig, ne? Aber hier ist nicht richtig. Das ist doch gar nicht an der Wand dran gewesen. So. Also. So. Äh... Und dann... Noch ein davor. So. Na geil, mach ich gleich. So. Oder? Und dann noch... So, hast du hier jetzt so eine Tür, also hier und dann hier nochmal und dann hast du hier nochmal eine kleine Privatsphäre. Okay, so und jetzt müssen wir das Ganze nochmal, ich brauche schon mal hier so einen Bauklotz, so einen, damit man hier rauf springen kann. Was machen wir hier für ein Dach hin? Ja, auch Stein würde ich sagen, oder? Soll das noch ein bisschen überstehen? Weiß nicht, soll das noch ein bisschen überstehen? Ah, ich habe keine Steinziegel mehr. Hä, hier fehlt auch. Warte mal, hä? Warte, 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 warte. Warum fehlte das? Wir brauchen eine Tür und Steinziegel. Tür und Steinziegel. Steinziegel, grober Steinblock. Nein, Steinziegel. Ja. So, mehr können wir nicht, wir haben keinen Feuerstein mehr. Müssen wir auch mal wieder sammeln gehen. Äh, Tür? Nehmen wir die einfache Tür. Äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das hier, es ist nur eine Toilette. Ne, da nennen wir das nicht. Ne, ne, ne. Äh, da machen wir lieber, machen wir lieber so. So. Und weil sie ja auch da alles voll scheißen müssen, müssen wir da auf jeden Fall, ähm. Ich habe schon wieder keine Dachziegel. Ah, wo kriegen wir denn jetzt auf den schnellen Feuerstein her? Ja, da hinten wieder, ne. Ich bin da schon mal hin, habe Feuerstein geholt und wieder zurück, ne. Ja, müssen wir machen. Das nützt ja nichts, das tut man nicht alles im Badezimmer, ne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ab nach Osten. Da. So. Kann ich da eigentlich hinspringen? Und E drücken? So, nehm ich. Wow. So. Oh, gleich gibt es ein Level. Aber ich glaube nicht mehr, dass wir das Level hier drinne kriegen werden. Ah, es gibt auch immer nur einen Feuerstein, ne. Immer nur einen Feuerstein. Eigentlich darf man ja, ich darf ja auch mal dampfen, ne. Während wir jetzt hier. Mach ich ja nie in der Aufnahme. Nur im Stream, wenn dann. Aber wenn man jetzt hier auf Ausdauer warten muss, kann man das ja mal machen. Ah, ich weiß nicht, wie viele Erfahrungen fehlen, ne. Für ein Level. Ich kann ja mal was trinken, dann geht das ein bisschen schneller. Ich muss unbedingt Popcorn machen, ne. Aber wenn wir Level kriegen, wäre schon geil, ne. Und weißt du, das bringt nicht mal was. Du brauchst es nicht im Spiel. Es reicht. Also, die brauchen ja Schutz. Das heißt, du machst eigentlich. Wenn du einfach nur durch das Spiel durchspielen willst. Dann machst du dir ein kleines... Eine kleine Hütte. Boden, Wand, Decke. Stopfst du alle rein. Mach ein Bett da noch mit rein. Damit du... Ähm, die Nacht überspringen kannst. Und dann reicht das. So, gehen wir jetzt auf das Level. Das Level will ich jetzt noch auf jeden Fall haben. Level 10. Erreiche Stufe 10. Gibt es einen Erfolg für. Schön. Drei Fähigkeitspunkte. Lass mal gucken. Reicht für jeglicher Feuerschaden erhöhen. Puh. Sehr gut. Hier ist noch so viel. Warte mal. Genau das würde ich noch haben. Ein bisschen können wir ja noch machen, hier, ne. Bis Ausdauer weg ist dann. Dann hauen wir ab. Wenn jetzt nochmal Ausdauer leer ist. Dann hauen wir ab. So. Karte. Na, wo ist der Laufanier? Fams. So. Da muss ich da ehrlichen Scheiß aufbauen, ne. Das ist schon... Schon geil. Geil. Schon richtig geil. So. Dann schlafen wir nochmal. Mit geschlossener Tür. Sind da eigentlich Scheiben drin, ne? Ne, ne? Woher sollen wir das Glas auch haben? Das ist einfach nur Holz. Einfach nur zwei Stöcke. Pum, pum. Warte mal, ich kann ja die Tür da schon mal reinpacken. Ja. Hupp. Ah, jetzt komme ich da nicht mal hoch, ne? Ey, ich komme ja nicht mal hier hoch. So. Ähm, tete, tete, tete. So. Ähm, 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 ähm. Obwohl, so ein großes ist einfach und fertig, oder? Eine große Spitze einfach in die Mitte. Ist das die Mitte? Ah, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das die Mitte ist. Ich glaube, hier gibt es keine Mitte. Höh! Ich glaube, mein Scheißhaus hat keine Mitte. Da müsste doch. So. Das müsste die Mitte sein. Ja, hat auch direkt connected. Gut, wie sieht's von innen aus? Ja, hier muss eigentlich keine Decke rein. Das ist nur ein Scheißhaus. So. Eigentlich reicht das so. Eigentlich reicht das so. Aber was wir brauchen, ist Belüftung. Belüftung brauchen wir auf jeden Fall. Ah, ist da überhaupt Belüftung, wenn das Dachdach ist? Hä? Ah, das war ja jetzt das Holz erst. Ja, stimmt. Das ist ja erstmal nur das... Das Holz. Und jetzt muss der Stein auch weg. Ja. Okay. So. Das reicht auch. Das reicht vollkommen. Das ist es. Das ist einfach nur, damit der Scheißgeruch da rausgeht. Mehr gibt es nicht. Und jetzt werde ich da sogar noch... Äh... Noch so einen Stab rein... Obwohl, ne. Ein Stab muss da nicht rein, oder? Hier habe ich auch keinen Stab reingepackt, oder? Ne. Ähm... Dann gehen wir mal jetzt rüber. Dann machen wir mal ein paar Toiletten. So, warte ich nochmal. Also, ne Wanne. Äh, die Toilette ist wichtig. Toilette auf jeden Fall. Holzbecken. Die Wanne. Ja, jetzt brauchen wir noch einmal Harz. Ich muss noch einmal Harz holen. Schnauze. Ich gebe mal Harz. Ich glaube, der gibt gar keinen Harz. Nope. Gibt es nur Harz? Ich glaube, der gibt auch keinen Harz. Welcher gibt denn Harz? Das sind nur bestimmte Bäume, habe ich das Gefühl. Oh, der gibt Harz. Ja, schön. Vier Harz. Das reicht. Ja. Tschü. So, dann machen wir mal bitte noch eine... Äh... Stopp da. Dann gehen wir da mal eben hin. Das sieht so gut aus. Ich würde sogar das hier lassen. Sogar das hier lassen. Weil das dann aussieht, als hätte man hier Holz gestapelt. So. Ja. Da können sie scheißen. So, dann können sie sich hier waschen. Und falls einer baden will. Baden machen wir hier. So. Da können sie baden. Hier können sie scheißen. So. Tür zu. Ja, vielleicht sollte da auch... ...n Tisch noch mit rein. Wo man seine Anziehsachen zum Beispiel ablegen kann. Auch wichtig. Wichtig. Anziehsachen. Lichtquellen. Was haben wir denn hier, schöne? Das ist ein Kronleuchter. Vier Kerzen braucht man dafür. Ne Glühstehlampe. Schrottfeuerstelle. Ne Standfackel. Noch ne Feuerstelle. Kronleuchter. Kerzen brauchen wir. Kerzen. Weißt du was? Er kriegt seine eigene Werkbank. Dann muss man auch nicht immer da ganz rüber, weißt du? Fangen wir die Werkbank ran? Nö. Gearbeitet wird hier draußen. Gearbeitet wird hier draußen. So. Ähm... Lichtquellen. Lichtquellen. Kerzen. Ah, jetzt brauche ich erstmal wieder Garn. Ich habe kaum noch Garn. Das gibt es ja nicht. Wo ist denn das nochmal alles hin? So, Lichtquellen. Kerzen, 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 Kerzen. Einfach mal so ein paar gemacht. Lichtquellen. Machen wir mal so ein paar davon. Machen wir mal so acht. Machen wir mal so acht. Machen wir mal so acht. Aufpacken. Da auch. Machen wir mal so acht. Wir müssen jemand hier... Kerzen über das Bett ist auch nicht so optimal, ne? Wird gleich viel gemütlicher aus. Oh, das scheint hier sogar durch, oder? Wie so eine Duftkerze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das soll das erstmal gewesen sein? Ach, Kronleuchter, würde ich aber auch fühlen. Ich brauche ein paar Kerzen noch. Habe ich überhaupt noch Kerzen? Kann ich noch Kerzen machen? Wozu meine Kerzen? Da. Ja. Ja, drei noch. Reicht nicht. Oh, Garn. Ich habe kaum noch Garn. Okay, alles klar. Kein Garn mehr. Kann gar nicht wahr sein. So. Ein Kronleuchter, please. Den Kronleuchter, der kommt hier. Hier kommt ja so eine Art Wohnzimmer hin. Weiter so. Ja. Ich packe den erstmal hier hin. Oh Gott, das ist ja... Äh, das ist ja... Denktief. Das läuft ja überall gegen. Ich habe gar nicht so hoch gebaut, um sowas zu haben. Außer dem Lager. Lagerraum wäre das einzige, wo es passen würde, oder? Ja. Hmm. Hmm. Okay. Lassen wir das mal so stehen. Okay, so. Was hast du noch? Lichtquellen haben wir jetzt. Türen. Wow. Oh. 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 Fenster. Oh. Hm. Egal würde ich Es gibt doch Leitern Okay, Geheimtüren Okay Okay Ja sonst Der Gleiter Brauchen wir halt Leinen für Hier, Quest, Quest halt Also wir müssen eine Quest machen, um die Leinen klumpen zu kriegen Oder machen zu können Ähm Tisch Ich würde dann noch einen Tisch machen So vor das Fenster Für Stühle habe ich wieder bestimmt kein Harz Stühle brauche ich Harz Ich brauche Harz Kindert, ich brauche Harz Hat das Ding Harz wahrscheinlich nicht Holz ja, Harz 9 Pflanzenfaser Da ist Harz Aber ein Stuhl reicht mir nicht Falls der Gäste kriegt Kann ja sein, dass er Gäste bekommt Egal, ich mache jetzt mal einen Stuhl Ja Ja, so langsam muss man das dann immer alles so ein bisschen einrichten Nee Nee Wo packen wir dann deinen Brennofen hin Wenn du den dann endlich mal hast Hier so in die Ecke, oder? Hier so in die Ecke Und dann machen wir so einen fetten Kamin hier So in der Ecke oder so Okay, ja Dann würde ich sagen Taschen leer machen Oder wir gucken mal Was hat denn unsere Farm hier? Was geht hier denn ab? Oder wir gucken mal Was geht hier ab? Hier geht im Moment gar nichts ab Alles klar Was geht hier ab? Hier können wir nochmal aufwischen So Was macht man mit den Setzlingen? Also man hat jetzt eine Million Setzlinge Okay Du weißt was das bedeutet Oh Gott Alles klar Oh fuck Das kann dauern Oh man Ich sehe jetzt schon Fünf Folgen Ja Sobald wir erweitert haben Noch können wir ja nicht erweitern Wir haben ja bis hier hin Dann machen wir hier tatsächlich so einen Durchgang Also hier machen wir dann wieder auf Und dann wird das hier alles Farmgebiet Dann werden wir den ganzen Boden hier Den Boden müssen wir richtig viel sammeln Offensichtlich Weil wir hier 55 Setzlinge Und das ist nur die Tomate Also hier wird gezüchtet Und hier wird dann geerntet Tschö Bruder Und dann alles voll Hier wird alles voll gemacht Der ganze Hinterhof hier Alles voller Farm Hast du Bock? Nein Ja auch nicht Ähm Wir bringen mal eben die Sachen weg Die wir jetzt nicht mehr brauchen Also das 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 Ähm Das 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 Ähm Die Sachen kommen gleich auch noch weg Altrank Trinken Wir nehmen lieber Popcorn wollte ich machen Popcorn Warte mal Was ist jetzt mit Popcorn? Kann ich Popcorn machen? Die braucht auch Schutz Sehe ich gerade Das heißt du musst dich da unterstellen Du kannst nicht hier am Eingang stehen Stell dich da unter So Aber du brauchst auch ne Feuerstelle Mann ich will dich aber hier haben Wo krieg ich denn jetzt ne Feuerstelle her Sag mal Was habest du für Feuerstellen? Feuerstelle Nur diesen Ofen Zählt als Feuerstelle Hab ich hier ne Feuerstelle? Keine Feuerstelle Zählt das Hat hier ne Feuerstelle? Hier auf Feuerstelle Auch nur Ja da muss ich den bauen Ja nützt ja nix Wie sieht das denn aus? Mit dem Ding jetzt hier Mit dir warm ist Oder was? Zählt nicht mal Aber das muss hier mit rein Zählt nicht mal Das muss genau neben ihr stehen Zählt nicht mal Nein Okay Dann farmt sie hier doch nicht Das ist seine Frau Die wohnen hier zu zweit Die haben ein schönes Leben Willst du mich verarschen? Oder muss das das sein? Nicht so ein Gedöns Dann stehe ich sie erstmal hier wieder hin Kannst du ne Feuerstelle Für sie machen? Oder muss ich erst ne Quest Von ihr schaffen? Das kann auch sein Weil Das ist ja keine normale Feuerstelle gewesen You know Wollt ihr hier auch noch ne Feuerstelle haben? Damit ihr das hier ein bisschen Murmelig habt So Du hast auch nicht ne Überleben Tierfell Teppiche Verdammt Wir kriegen kein Popcorn Ich kriege kein Popcorn Kein Popcorn für den Ben Was? Popcorn für den Ben? Wo? Popcorn für den Ben Oh Mann So Das rein So Die nehmen wir auf jeden Fall mit Fleisch nehmen wir auf jeden Fall mit Ja dann muss ich ja Wasser mitnehmen Obwohl muss ich nicht Wo hatten wir die gebratenen Sachen Wo hatten wir denn die gebratenen Sachen Hier Dann nehm ich Pilz dafür mit Weil der Pilz macht Intelligenz Das heißt wir sind dann Stürke 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 Alter wie viel wir ja schon haben Stürke Warte mal So, hier habe ich jetzt Den Trank schmeiße ich hier noch mit rein Die können eigentlich raus Aber die packen wir ja hier vorne rein Stöke Stöke Das wird nicht reichen, wa? Okay, das kommt ja sowieso woanders hin Das kommt auch woanders hin Honig und Schmarts Honig kommt ja hier mit rein Und Trinken Trinken packe ich auch mal da mit rein Und den Harz Ja, den Harz packe ich dann hier auch erstmal mit rein So Dann die Kerzen eben weg Und dann gehen wir Auf Klo Es sieht aus Als wäre hier nichts wert Oh, das sieht so gut aus Oder? Hier mit meiner Erde, die ich hier hingebatschere Hier auch dieser Busch, den mache ich niemals weg Der Busch, der ist ja perfekt Hier schön mit der Erde Hier, zack Mach zu So Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Lass ein Abo da Ich würde mich freuen Das war's für heute mit Entschwaudet Wir sehen uns morgen wieder Tschüss Os Wir sehen uns jetzt mal wieder